Herzlich Willkommen zur ersten Vorlesung Programmieren in C++ im Sommersemester 2024. Was machen wir heute? Ich erzähle Ihnen in der ersten halben Stunde etwas zum Ablauf, wie das hier so insgesamt läuft. Versuche das schnell zu machen. Dann haben wir heute auch gleich ein bisschen Inhalt. Unser erstes Programm. Was ganz Einfaches geht vor allem um das Drumherum und das erste Übungsblatt wird auch was ganz Einfaches sein. Größten gemeinsamen Teiler berechnen mit dem euklidischen Algorithmus und auch dabei wird es vor allem ums Drumherum gehen. Was Drumherum heißt, sehen Sie gleich noch. Ich habe hier 34 Folien. Die Folien sind auch so gedacht, dass man da nachher draufgehen kann für Referenzsachen. Ich werde nicht alles vorlesen, was auf den Folien steht. Einfach um Zeit zu sparen. Und den ersten Teil gehen wir jetzt auch relativ schnell durch. Organisatorisches. Das ist ja langweilig, wenn man das zu lange macht. Ganz schnell die wesentlichen Sachen. Heute haben wir um Viertel nach angefangen, weil das der Normalfall ist. In Zukunft fangen wir um fünf nach an und machen bis fünf vor. So, dass wir knapp zwei Stunden haben. Einfach genug Zeit haben. Wir machen zwischendurch auch eine Pause oder zwei. Je nach CO2-Gehalt. Es gibt insgesamt zwölf Termine. Es gibt 14 Vorlesungswochen, glaube ich zumindest. Das heißt, in zwei Wochen gibt es einfach keine Termine. Eine davon ist Pfingsten und entweder noch ein oder zwei mehr. Das sehen Sie aber dann wird angekündigt. Sie können wählen, herkommen, zoomen oder die Aufzeichnung. Die gibt es jedes Mal. Technik macht Frank. Der sitzt hier vorne. Wir haben auch jemanden, der einen professionellen Schnitt macht. Der Alexander Monaret. Macht das schon seit Jahren sehr gut. Das sehen Sie dann, wenn die Aufzeichnung zur Verfügung steht. Der Assistent ist Johannes. Johannes, kannst du mal kurz aufstehen vielleicht, dass dich alle sehen? Johannes ist fantastisch in C++ und auch allen anderen. Und das werden Sie noch sehen. Auf unserem Wiki finden Sie alle Kursmaterialien. Das hatten wir gerade schon in der Vorbesprechung. Es gibt hier eine Wiki-Seite. Die finden Sie. Steht auch auf dem Übungsblatt. Und das Übungsblatt finden Sie hier. Ja, da sind die Folien verlinkt von heute. Die Übungsblatt. Die Folien sehen Sie übrigens auch immer schon vorher. Also bevor die Vorlesung anfängt, können Sie parallel hier schauen, wenn Ihnen irgendwas zu schnell gegangen ist, zurückgehen und so weiter. Hier werden auch die Aufzeichnungen verlinkt sein. Ich sage da gleich noch mehr zu. Genau. Also die Aufzeichnung, Folien, Übungsblättern, auch den Code, den wir hier zusammenschreiben, den Sie dann auch benutzen dürfen für die Aufgaben, zusätzliche Hinweise, die Musterlösung und so weiter. SVN sage ich noch was zu. Also Sie können hierher kommen in diesen Raum. Das hatten wir gerade auch schon. In der ersten Woche wollen aus unerfindlichen Gründen immer alle kommen. Danach wollen nie mehr als 50 Leute kommen. Ist auch völlig in Ordnung. Also gerade sind über Zoom 123 dabei. Die Einwahldaten stehen auf dem Wiki. Alle, ob hier im Raum oder über Zoom, können auch über Zoom-Chat jederzeit Fragen stellen. Schreiben Sie einfach in den Chat, wenn es irgendwas gibt. Ich versuche zu schauen. Johannes schaut. Erinnert mich dann dran, wenn ich es irgendwie übersehe. Also einfach Fragen stellen. Oder natürlich hier im Raum. Die Leute über Zoom, Sie können auch einfach reinquatschen und fragen. Das klappt auch. So viele Leute sind wir nicht. Und Sie werden nicht aufgezeichnet. Es wird nur ich aufgezeichnet. Genau. Vorlesungsaufzeichnungen gibt es in der Regel am selben Tag noch. Ich weiß nicht, ob es heute schon klappt. Werden dann auf YouTube hochgeladen und verlinkt. Und Sie müssen sich jetzt nicht entscheiden. Immer in Präsenz, immer Zoom, immer so. Können das einfach machen, wie Sie wollen. Das klappt ganz gut. Und die Übungen, sehen Sie gleich auch noch, sind der wichtigste Teil natürlich. Hier kriegen Sie nur Inspirationen und so ein paar grundlegende Erklärungen. Und dann müssen Sie es halt selber machen. Beim Programmieren natürlich besonders. Ist ja klar. Es gibt insgesamt zehn Übungsblätter. Ja, das können Sie machen, wo Sie wollen. So, jetzt wird es kurz ernst. Das ist extrem wichtig, was ich jetzt sage. Sie müssen das selber machen. Was heißt selber machen? Das will ich kurz erklären. Es steht auf dem Wiki, es steht auf den Übungsblättern, es steht auf den Folien. Ich erkläre es jetzt. Passen Sie gut auf. Sie können gerne zusammen nachdenken über die Blätter, zusammen diskutieren mit anderen Menschen, anderen Programmen, anderen Intelligenzen. Aber das Programm müssen Sie dann zu 100 Prozent selber schreiben. Man lernt nichts, wenn Ihnen jemand sagt, hier, guck mal hier das Stück Code, das macht das. Ah ja, ich gucke drüber, ich verstehe das und dann kopiere ich es einfach. Code kopieren ist Täuschungsversuch. Täuschungsversuch und steht auch, das zeige ich vielleicht mal kurz, haben wir hier zehn Gebote, die zehn Gebote dieser Vorlesung. Hier das zehnte ist Thema Zusammenarbeit, 100 Prozent. Müssen Sie auch lesen, steht auch auf dem Übungsblatt. Hier ist das erste Übungsblatt, da ist auch nochmal verlinkt mit auch in Rot und Fett und verlinkt. Und ich sage es hier in der Vorlesung, also es kann keiner sagen, er oder sie hat es nicht gewusst. Und wir haben absolut, wir sind sehr freundlich, wir unterstützen Sie so gut wir können, aber wir haben null Toleranz gegenüber Schummeln, null. Und ich möchte Ihnen das kurz erläutern, wenn wir mal Paragraf 202 Strafgesetzbuch, wie ist denn das, Moment, ist das 202a, ich glaube Briefgeheimnis, nur, dass Sie das verstehen, warum wir, genau, Verletzung des Briefgeheimnisses. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was hat das damit zu tun? Wenn Sie in den Briefkasten von Ihrem Nachbarn gehen und einfach den Brief aufmachen, das ist ja sehr einfach, man kann einfach da hingehen und sagen, mal gucken, was da drin steht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Warum ist das so? Es gibt so Sachen, die sind sehr einfach, wie zum Beispiel Code von anderen kopieren, das kann man einfach machen, aber man macht das ja nicht aus Versehen. So, ups, auf einmal hatte ich den Brief in der Hand und auf einmal war er geöffnet, obwohl er von meinem Nachbarn war. Das macht man ja mit voller Absicht und also man weiß, was man da tut. Und deswegen gibt es da auch keinen Grund, dass man, ja, okay, sagt man, bitte nicht tun, und dann macht man es nochmal, nochmal, nochmal. Einmal ist schon einmal zu viel. Deswegen auch hier diese Null-Toleranz-Sache. Wenn Sie da irgendwelche Zweifel haben, was erlaubt ist oder nicht, können Sie ja einfach fragen. Wir haben das aber doch sehr ausführlich beschrieben, sodass das klar sein sollte. Und vielleicht bei der Gelegenheit, Chat-GPT gibt es da jetzt, haben Sie vielleicht schon mal von gehört. Es ist eigentlich auch ganz einfach, Sie können gerne mit Chat-GPT diskutieren, ist sogar sehr wertvoll, würde ich sogar empfehlen, oder um Rat fragen. Sie sagen, verstehen wir es nicht, oder sagen, ich habe hier einen Bug, eine Fehlermeldung. Genauso wie man das mit Google gemacht hat oder auch immer noch macht, kann man das auch Chat-GPT, hier ist meine Fehlermeldung. Genauso wie Sie auch mit anderen Menschen diskutieren oder Sie um Rat fragen können. Ja, aber Sie dürfen Chat-GPT nicht Ihren Code schreiben lassen, genauso wenig, wie Sie andere Leute Ihren Code schreiben lassen dürfen. Jetzt lernen Sie einfach nichts. Es ist ja eigentlich klar, könnte man auch selber drauf kommen. Sie denken jetzt, ja, ja, das merken die doch nie. Wir machen das schon so lange. Es gibt so viele subtile Hinweise, anhand derer wir merken, dass Code nicht von Ihnen geschrieben ist. Es ist möglich, das so zu machen, dass wir das nicht merken. Aber ich sage Ihnen aus Erfahrung, so zu schummeln, dass wir es nicht merken, ist schwieriger, als die Aufgabe zu lösen. Definitiv. Also die Energie lieber in die Aufgabe investieren. Warum sage ich das? Es gibt doch, ich würde mal schätzen, 20 Prozent der Leute, die das machen. Also es sind schon richtig viele. Wenn man da keine Maßnahmen ergreift, dann denken sich einfach alle, ja, merken die ja eh nicht oder die kontrollieren es eh nicht. Und es ist schon auch ein Thema, wir haben ja Tutoren, die Ihnen Feedback geben, die Ihnen helfen wollen, gerade beim Programmieren wichtig. Und wenn wir dann irgendwie dieselben Abgaben werden dann von zwei Tutoren oder Tutorien mühevoll korrigiert, und es ist dann einfach dasselbe, das ist ja Energieverschwendung, das ist nicht in Ordnung. Gut, das habe ich jetzt gesagt. Ich hoffe, es ist angekommen. Wenn Sie da irgendwelche Zweifel haben, sich nicht sicher sind, vielleicht eine kurze Sache, einen Aspekt, der hier genauer beschrieben ist, werden Sie vielleicht beim Machen noch genauer sehen. Was natürlich passiert ist, dass Sie ChatGPT oder auch Stack Overflow oder solche Seiten benutzen. Sie haben einen Bug, eine Fehlermeldung und dann sagt ChatGPT, du hast das Semikolon vergessen, oder die öffnende Klammer und jetzt ist hier der Vorschlag für die richtige Zeile und jetzt schreiben Sie die öffnende Klammer hin. Dann haben Sie ja auch Codes übernommen von ChatGPT, nämlich die öffnende Klammer oder irgend so ein Konstrukt, was Sie falsch gemacht haben. Das ist natürlich in Ordnung. So kleine Stücke oder irgendwas, wo Sie halt die Syntax falsch hatten, steht auch hier. Also ein Bugfix, der einzelne Zeichen korrigiert oder so etwas relativ Lokales. Aber wenn da ein ChatGPT kommt, ja nee, das ist falsch, hier ist das richtige Programm, 17 Zeilen und Sie kopieren die einfach. Das ist nicht okay. So, jetzt geht es aber weiter. Es gibt am Ende ein Projekt und Sie fragen einfach, wenn es irgendwelche Fragen gibt, hier oder im Chat. Projekt am Ende der Veranstaltung, es gibt so die Übungsblätter, das sind immer so kleine Portionen, am Anfang sehr klein und sehr einfach, wird natürlich langsam anspruchsvoller. Am Ende gibt es das ein bisschen was Größeres, nennen wir das Projekt, es hat so einen Umfang von etwa vier Übungsblätter, weniger Vorgaben dann, dann sollten Sie schon in der Lage sein, so alleine was Größeres zu machen. Machen wir extra so, dass das schon zwei Wochen vor Vorlesungsende anfängt. Aus dem folgenden Grund, manche sind dann vielleicht schon in Klausurvorbereitung oder aus anderen Gründen gestresst. Sie können dann sagen, prima, ich mache jetzt das Projekt, dann ist das Semester, die Vorlesungszeit rum und Sie sind mit dieser Vorlesung fertig. Es gibt ja dann keine Klausur oder sonst was. Oder andere sagen, nee, ich konzentriere mich jetzt lieber auf meine Klausuren, mach das erstmal, nachdem die Klausuren vorbei sind, machen Sie dann das Projekt. Würde ich eher nicht empfehlen, weil man doch schneller rauskommt, als man denkt, können Sie aber auch machen. Und dann ist es auch, manche machen es so, manche machen es so. Das orientiert sich dann sozusagen die Studienleistung für die Veranstaltung. Ja, dazu komme ich jetzt, es zählt alles zusammen, es gibt nur eine Note für alles und dazu komme ich, da kommt gleich eine Folie zu. Also es gibt eine Studienleistung für die ganze Veranstaltung, die ist zur Hälfte Übungsblätter, zur Hälfte Projekt. Gute Frage. Übungsgruppen in dem Sinne gibt es nicht, Sie kriegen was viel Besseres, Sie bekommen nämlich Einzelbetreuung, jede Woche Feedback. Gerade beim Programmieren denke ich wichtig, also wir haben jede Menge Tutoren, Tutorinnen, elf. Ob die Seitenzahl hier stimmt, bin ich mir gerade nicht sicher, wahrscheinlich nicht. Es gibt ein Forum, Sie können Fragen stellen, zeige ich gleich auch noch. Sie können sich auch, wir haben so ein Tool, wo Sie persönliche Treffen ausmachen können mit Ihrem Tutor oder Ihrer Tutorin, so zehn Minuten treffen oder auch länger, wenn Sie es brauchen. Aber erstmal müssen Sie das erste Übungsblatt abgeben und dann wissen Sie, wer Ihnen zugeordnet ist. Das kann sich auch noch ändern über das Semester. Ganz wichtig, weil es diesmal vor allem, wir sehen das gleich, um Setup geht und so zurechtkommen mit Programmierung, Entwicklung, Umgebung und so weiter, werden manche von Ihnen wahrscheinlich damit Probleme haben. Deswegen gibt es diese Woche drei Termine über Zoom in diesem Zoom Call, das ist nicht ein Präsenz, Sie können sich da einfach einwählen. Hier oben sind übrigens die Zugangsdaten. Drei Termine, Donnerstag, Freitag, Montag, Sie irgendwie mit was nicht zurechtkommen, Entwicklungsumgebung, was auch immer, auch Aufgabenblatt, einfach da reingehen und Fragen stellen. Da ist dann entweder, ja gerne, war das mein Echo, Außerirdische oder hat jemand was gesagt, okay, einfach da reingehen und Fragen stellen, also keine Hemmung. Und bitte, bitte, wenn Sie Probleme haben, vorher sagen, vorher Hilfe suchen und nicht dann hinterher nach der Abgabe zu sagen, ich habe es nicht verstanden oder war alles zu schwierig und so weiter. So, jetzt kurz zum Prüfungstechnischen. Es gibt 20 Punkte pro Übungsblatt, 10 Blätter, 200 Punkte insgesamt maximal. Für das Projekt gibt es 100, Gesundheit, gibt insgesamt 300 und dann gibt es nochmal 20 Geschenkpunkte. Es gibt eine Evaluation zur Veranstaltung. Wenn Sie die ausfüllen, kriegen Sie einfach 20 Punkte geschenkt und wir setzen dann das schlechteste Übungsblatt als Joker. Und das steht hier, sehen Sie dann. Und Gesamtnote ist dann einfach linear aus der Punktzahl. Wichtig ist, es gibt die Übungsblätter, da müssen Sie die Hälfte der Punkte erreichen und das Projekt müssen Sie die Hälfte der Punkte erreichen. Es reicht also nicht, alle Übungsblätter zu machen und dann das Projekt zu skippen. Das geht nicht. Und außerdem, Sie können alles remote machen, Sie müssen hier nie herkommen, Sie können alles online machen von irgendwelcher Südseeinsel. Das ist in Ordnung, aber Sie müssen sich, damit wir wissen, dass Sie echt sind, dass es Sie gibt, müssen Sie sich einmal treffen mit Ihrem Tutor oder Ihrer Tutorin, weil es ja keine Klausur oder Sonstiges gibt und dazu später irgendwann mehr. Also einmal müssen Sie sich treffen, also wir merken, wenn dann jemand anders Ihre Übungsblätter oder so gemacht hat, fällt das spätestens dann auf. Hat sich die Frage jetzt erledigt, wofür die Note bei einer Studienleistung? Ah ja, es gibt benotete Studienleistungen, die stehen dann einfach in Ihrem Transcript. Das ist vielen Leuten wichtig, vor allem denen, die sich, es gibt hier gerade bei dieser Veranstaltung doch immer recht viele Leute, die sich so reinhängen und dann hätte man gerne auch eine Note, dieses Transcript of Records, dass man stimmt, einfach den Auszug, da steht dann zwar Studienleistung, aber benotete Studienleistung. Gute Frage, zum Aufwand, sechs ECTS-Punkte, früher war das mal vier, inzwischen ist das eine ganz normale Vorlesung. 180, genau, also etwa zwei Drittel für die Vorlesung und Übung, ein Drittel fürs Projekt. Genau, das vielleicht noch ganz wichtig. Was nehmen wir an Vorkenntnissen an? Wir gehen davon aus, da kommt gleich noch eine Folie zu, dass Sie schon mal grundlegend programmiert haben, nicht ein C++, aber sowas, was man in Einführung in die Informatik macht. Wenn Sie das jetzt nicht gemacht haben oder die Übung nicht gemacht haben oder aus irgendwelchen Gründen vieles nicht verstanden haben, auch in Ordnung, Sie können auch diese Vorlesung als erste Vorlesung nehmen, um programmieren zu lernen, aber es ist dann viel, viel mehr Arbeit, das müssen Sie dann einfach akzeptieren. Also wenn Sie Einführung in Informatik verstanden gemacht, gut verstanden haben, dann ist das hier sechs ECTS, wenn Ihnen diese Voraussetzungen aus irgendwelchen Gründen fehlen, was völlig in Ordnung ist, dann ist das einfach doppelt so viel Arbeit, müssen Sie, ist okay, aber müssen Sie dann einfach akzeptieren. Also das ist dann einfach mehr Arbeit. Jetzt kurz noch was zur Art der Vorlesung. Also das habe ich gerade gesagt, Sie können ein Programm schreiben, das die Zahlen von 1 bis 10 ausgibt, eine einfache KI schreiben und so weiter. Sie wissen einfach, wie man im Prinzip programmiert. Sie haben schon mal gehört von Variablenfunktionen, Schleifen, wie man Eingabe, wie man eine Datei liest und so weiter. So im Prinzip haben Sie das schon mal gehört. Sie sind jetzt vielleicht noch nicht sehr geübt, wie gesagt, wenn nicht, können Sie trotzdem mitmachen, ist halt mehr Arbeit. Ja, gerne. Eine Frage, für welches Semester wäre das Thema? Nochmal bitte. Für welches Semester wäre das? Für welches Semester? Das ist eine Zweitsemesterveranstaltung, wobei für Embedded Systems Engineering im Raum ist, für Sie viertes oder auch zweites? Genau, also wir haben hier überwiegend Informatiker unterinnen. Für die ist es eine Zweitsemesterveranstaltung, manche werden es aber auch da erst im vierten. Dann haben wir Embedded Systems Engineering, die haben es im vierten Semester. Und dann haben wir aber auch Leute aus der Physik. Physik, hier gibt es jemand, super. Mathematik? Haben wir keine Mathematiker diesmal. Im Zoom vielleicht? Genau, also in verschiedenen Semestern, aber es ist eine Grundveranstaltung. Sie lernen hier vor allem, das ist ja jetzt nur eine Vorlesung, Sie werden das schnell mitbekommen, die Breite, das Spektrum, was die Leute schon können, ist enorm weit. Hier gibt es Leute, die machen das schon, vielleicht sogar C++ seit zehn Jahren. Andere haben gerade erst angefangen mit dem Programmieren. Das ist völlig in Ordnung. Dann ist es natürlich für manche relativ einfach, für andere schwieriger. Aber es ist schon für die breite Masse gedacht. Aber wir können deswegen hier in einer Vorlesung, in einem Semester, wirklich nur die Basics machen. Aber die Basics, die sollen Sie richtig gut verstehen. Das ist das Konzept dieser Veranstaltung. Die Basics, aber die sitzen dann. Ich habe noch eine eigene Folie dazu. Objektorientiertes Programmieren kommen wir zu. So drumherum Sachen, Struktur, Namen, Dokumentation, dass man einfach so Programmieren ordentlich lernt. Und Standardtools, Testen, Style Checking, Continuous Integration, erkläre ich gleich alles noch, Repository. Genau, es gibt immer die unglaublich wichtige Grundsatzdiskussion, warum wir SVN und nicht Git verwenden. Dazu gibt es extra, habe ich das hier, eine Post auf dem Forum. Können Sie auch gerne was zu schreiben, wenn Sie nicht einverstanden sind. Sie sollten übrigens dieses Forum hier unter Offizielles unbedingt subscriben, damit Sie da Nachrichten bekommen. Also es ist verpflichtend. Sie können nicht sagen, habe ich nicht gesehen. Können Sie schon, aber wir setzen einfach voraus, dass Sie das sehen. Hier ist, warum wir SVN statt Git verwenden, erkläre ich jetzt nicht. Können Sie ja durchlesen, das erklärt es, glaube ich, ziemlich gut. Also es gibt Gründe und ja, wir wissen, was Git ist. Wir nutzen es auch selber. Nochmal kurz zu den Basics. Sie sollen C, C++ von Grund auf lernen. Wir fangen bewusst super low level an. Eigentlich ist die ganze Vorlesung relativ low level. Sie sehen das gleich, wir benutzen Linux. Wir benutzen Kommandozeile, also schon ein Fenster, aber dann sind Sie in einer Kommandozeile. Was das heißt, sehen wir gleich. Sie schreiben Ihr Programm mit einem ganz normalen Texteditor. Wir benutzen Makefiles. Bewusst keine IDEs, Integrated Development Environment, Entwicklungsumgebung, sind Extraprogramme, die einem beim Programmieren helfen. Und ich sage gleich nochmal, warum. Sie sollen, wissen Sie, wenn wir jetzt in, und ich glaube im ersten Semester macht man das ja bei Python, da haben Sie, was benutzt man für eine Entwicklungsumgebung für Python? Visual Studio oder sowas. Ja, ist völlig okay für den Anfang. Man lernt dann halt, wie man es in dieser Entwicklungsumgebung macht. Das kann man dann, wenn man dann in einer anderen Umgebung ist, kann man es nicht mehr. Man hat es halt genau, das ist okay zum Programmieren lernen. So sollen Sie das hier nicht lernen, sondern Sie sollen einfach bei allem wissen, okay, so macht man das, aber auch genau, was steckt dahinter. Den ganz low level. Das ist einfach wichtig für später, wenn da mal irgendwas passiert, was jetzt nicht so das Erwartete ist, können Sie damit auch umgehen, weil Sie es einfach verstanden haben und nicht nur gelernt haben, aha, wenn das, dann muss man das machen. Ja, also wie und warum sind ja zwei, wir sind ja hier an der Uni, da sollen Sie auch das, worum lernen. Wir kommen dann, da wir so relativ langsam vorgehen, von Grund auf mit den einfachsten Sachen anfangen, low level, können wir natürlich nicht sehr weit kommen. Man kann nicht alles haben, aber das Ziel ist schon, am Ende haben Sie dann die Basics, die haben Sie, wenn Sie mitmachen, richtig gut verstanden und Sie verstehen dann auch wirklich alles daran. Und auf der Grundlage, sich dann selber Fortgeschritteneres selber anzueignen, das geht, glaube ich, ziemlich gut. Im Gegensatz dazu, das wissen wir aus Erfahrung, Leute, die sich selber Programmieren beigebracht haben, nichts dagegen zu sagen, aber man entwickelt dann oft viele schlechte Angewohnheiten, die teilweise schwer zu verlernen sind. Ja, also das ist schon gut, wenn man die Basics, ja eigentlich bei allen Sachen so ordentlich beigebracht kriegt und dann kann man selber weitermachen. Genau, also gutes Programmieren ist eine Kunst und wenn man das kann, ist einfach super, also macht großen Spaß. Gut, noch kurz zu IDEs, Entwicklungsumgebung, habe ich gerade gesagt. Wir benutzen hier, ich benutze in der Vorlesung NWIM, NeoWIM, Sie können benutzen, was Sie wollen. Man muss sagen, jeder vernünftige Editor heutzutage hat auch schon so grundlegende Entwicklungsumgebungsfeatures, wie zum Beispiel Syntax-Highlighting. Sehen wir gleich, wenn wir Code schreiben, dass dann Konstrukte der Sprache eine andere Farbe haben und so, sonst kann man ja nicht ordentlich programmieren. Das hat aber jeder Editor oder dass man Sachen vervollständigt kriegt und so weiter. Und das reicht für diese, so aufwendige Umgebung. Sind wir es für später, wenn man alles schon verstanden hat. Die Frage kommt auch öfter, wenn Sie eine IDE unbedingt benutzen wollen, weil Sie eine kennen, das können Sie auch machen. Sie müssen die Sachen aber dann so abgeben, dass sie auch Low-Level funktionieren. Für die, die das betrifft, die verstehen das, die anderen können diesen Kommentar ignorieren. Das ist dann aber mehr Arbeit. Aber manche Leute machen sich gerne mehr Arbeit, das ist völlig in Ordnung. Sie können eine IDE benutzen, aber Sie müssen es so abgeben, dass es dann für jeden und jede funktioniert, ohne IDE. Das ist wichtig. Ich werde hier mal ganz viel beispielhaft vormachen, vor allen Dingen auch viel live, auch in der Vorlesung heute, Gesundheit. Das ist wichtig. Ich werde Ihnen jetzt nicht hier Referenzmanuale auf die Folien werfen. Ja, es gibt links am... Ja, gerne. Darf ich auch eine andere IDE benutzen? Eine andere, Sie können benutzen, was Sie wollen. Sie müssen es nur so abgeben, dass es ohne IDE funktioniert. Also es muss am Ende die IDE machen, die Sie wollen? Ne, wir haben gar keine IDE. Wenn Sie einfach drin bleiben, in der zweiten Hälfte der Vorlesung wird völlig klar, was ich meine. Wie Sie es bei sich machen, ist Ihnen überlassen. Sie müssen es dann so abgeben, dass es bei uns funktioniert. Wird alles auch automatisch getestet. Es wird ja in der zweiten Hälfte der Vorlesung klar. Ah, Glühbirne. Gut. So. Also Referenzmanuale, es gibt auf der letzten Folie links dahin. Man kann natürlich googeln, Sie können ChatGPT fragen und so weiter. Ich brauche Ihnen ja jetzt nicht hier, wie gesagt, Manuale an die Wand werfen. Das ist ja langweilig. Sie kriegen aber schon immer, es ist alles erklärt, was Sie brauchen. Hier in der Vorlesung für das jeweilige Übungsblatt. Also sehr komfortabel. Und fragen Sie. Also inzwischen kann man ja auch ChatGPT fragen. Das ist schon ziemlich gut als Diskussionspartner. Erklär mir das nochmal. Ich habe das nicht verstanden. Code dürfen Sie nicht schreiben lassen, hatten wir gerade. Aber also ruhig schnell fragen, ausprobieren, selber nachdenken. Fünf Minuten und dann fragen. Hier in der Vorlesung Google ChatGPT über das Forum. Es gibt genug Gelegenheiten, sogar Einzeltermine. Genau. So. Wir machen alles Linux-basiert. Kommando-Zeile sehen wir gleich. Wir können Ihren eigenen Linux-Rechner verwenden, wenn Sie einen haben. Pool-Rechner haben Linux. Es gibt ein Linux-Image. Wenn Sie jetzt andere außerirdische Betriebssysteme benutzen. Hier ist ein Linux-Image. Kann man sich runterladen und dann mit VirtualBox laufen lassen. Wer das machen möchte. Ich würde mal interessieren, ob das überhaupt noch jemand macht. Es ist immer relativ viel Arbeit für uns, das zur Verfügung zu stellen. Wir benutzen... Ja, gerne. Ah, es war einfach nur so. Okay, wunderbar. Also wir benutzen Clang++ als Compiler. Sage ich gleich auch noch was dazu. SVN, Google Test Framework. Das ist da alles schon drauf. Unter Windows inzwischen, früher hat man Cyquin benutzt, so archaische Sachen. Inzwischen gibt es das Windows-Subsystem Linux. Das heißt, jedes Windows, zumindest wenn man es aktiviert hat, hat auch quasi ein einfaches Linux drin. Damit kann man wirklich sehr gut arbeiten. Für alle Zwecke der Vorlesung ist das ein vollwertiges Linux. Es gibt ein paar Sachen, die es nicht kann, aber ist für uns, glaube ich, nicht relevant. Wer macOS benutzt, ist selber schuld. Aber wir versuchen Ihnen auch da zu helfen. MacOS hat auch ein quasi Linux, aber doch viele Abweichungen. Aber wir versuchen Ihnen da auch zu helfen. Wir versuchen allen zu helfen, die sich ehrlich Mühe geben. So, das war der organisatorische Teil. Gut in der Zeit. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Kann man jetzt schon fragen zwischendurch? Dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich an mit einem Programm. Vielleicht so eine Viertelstunde und dann machen wir eine Pause. Genau, CO2-Gehalt ist bei 2.000 ppm, liegt noch unterhalb des EO10, da waren es 4.000. Aber da gab es noch keine Menschen, glaube ich. Weiß man nicht so genau. So, es kommt heute nicht auf das Programm an, auch für das Übungsblatt. Das ist Pipi. Es kommt vor allem drauf, ums Aus drumherum an. Und passen Sie gut auf, in dem, was ich vormache, gibt es immer jede Menge Probleme. Die werden Sie dann auch haben, wenn Sie es Übungsblatt machen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Art zu lernen, anderen Leuten zuzugucken, beziehungsweise wir machen das ja zusammen. Also Sie sind mitverantwortlich, dass das hier funktioniert und kompiliert und das macht, was es soll. Genau, und man sieht dann viele Fehler, die man dann selber nachher auch macht. Und wenn man die dann sieht, erinnert man sich, das musste man machen. Also, Programm, super einfach, ist eine gegebene Zahl prim. Ich gebe eine Zahl, das Programm soll sagen, ist eine Primzahl oder nicht. Ja, interessant. Interessant. Immer. Jedes Publikum hat so seine eigene Vibes, jedes Semester. Genau. Ich werde jetzt nichts, keine Mathevorlesung, den Algorithmus erklären. Wir probieren einfach für, wenn es öfter kommt, müssen wir aber einfach muten, Johannes. Kannst du ja mal gucken, wo der Sound herkommt. Genau. Aber es sorgt für allgemeine Erheiterung. Wir probieren einfach alle Zahlen von 2 bis Wurzel n aus, ob sie Teiler von n sind. Warum nicht alle Zahlen von 1 bis n? Na ja, wenn es einen Teiler gibt, zum Beispiel 42, gibt es einen Teiler 21, der ist größer als die Wurzel. Die Wurzel liegt ungefähr zwischen 6 und 7 von 42. 21 ist ein Teiler, der ist größer als die Wurzel. Aber dann gibt es ja auch den Komplementärteiler 2. Also 21 teilt 42, 2 teilt auch 42. Also ich muss ja nur einen Teiler finden, um zu sagen, es ist keine Primzahl. Also das machen wir. Wir gehen einfach alle Zahlen von 2 bis Wurzel n durch und schauen, sind das Teilen, die n? Und wenn ja, ist es keine Primzahl, sonst ist es eine Primzahl. Das ist übrigens ein nettes Beispiel, werden wir noch öfter sehen. Ein bisschen Mathematik nachdenken ist für Effizienz und guten Code natürlich wahnsinnig wichtig. Also so spielen Mathematik und Programmieren sehr schön zusammen. Das ist ein schönes Beispiel dafür. So, wir schreiben jetzt ein Programm. Ich werde jetzt nicht mehr alles vorlesen, was hier auf den Folien steht. Wir machen jetzt einfach, ich werde dann Sachen einfach dabei erklären und die stehen dann auch nochmal auf den Folien, für die, die nachher die Folien angucken. Ich werde jetzt nicht immer zu jedem Ding auf die Folien gehen und sagen, das haben wir jetzt gemacht. Wir machen das so, das sind jetzt einfach, wir sind ja auf dem Rechner bei uns, da drüben, Tura heißt der, wir sind hier in einem Verzeichnis. Das ist jetzt einfach eine ganz normale Konsole. Wer das noch nie gesehen hat, lernen Sie in der Vorlesung. Gibt es hier irgendwelche Dateien, LL zeigt mir einfach oder LS minus L. Das ist einfach das Kommando in Linux, das mir anzeigt, ich habe hier noch keine Dateien in diesem Verzeichnis. Wo bin ich gerade? Ich bin, das ist der Pfad des Verzeichnisses, in dem ich gerade bin. Das ist jetzt einfach eine sogenannte Konsole, Kommandozeile. Ich habe dasselbe hier nochmal, warum habe ich zwei? Links werde ich immer Dateien, Textdateien öffnen, indem wir unsere Programme schreiben. Rechts führen wir die dann aus. Aus Fontgründen, wir haben das über Jahrhunderte hier genau kalibriert. Das ist jetzt ein Font größer, dann kann man das, glaube ich, ganz gut sehen über Zoom und auf allen möglichen Geräten. Programmiervideos auf YouTube sind ja relativ populär inzwischen, aber es gibt da doch Leute, die da irgendwie mit drei Font programmieren. Es ist dann etwas schwer zu folgen. Das ist, glaube ich, aber deswegen überlappt sich das hier etwas. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich nenne mein Programm gleich prime.cpp, ist jetzt einfach ein C++ Programm. Ich schreibe jetzt mal hier eine Copyright Notice oben hin, das können Sie sich auch angewöhnen. Und jetzt schreiben wir einfach mal ein erstes Programm. Und ich erkläre jetzt noch nicht so viel, sondern wir machen es einfach. Was war das jetzt? Merkwürdig. Das ist jetzt einfach die Main-Funktion. Und die Main-Funktion wird ausgeführt, wenn man, ich muss hier mit dem Keyboard gerade noch zurechtkommen, wenn man das Programm aufruft von außen. So, also erst mal zum Grundlegen. Ein Programm ist eine ganz normale Textdatei. In irgendeinem Texteditor, Sie könnten das auch in Word schreiben, ist natürlich Quatsch. Irgendein Editor schreibt man eine Datei. Man kann dafür irgendeinen Texteditor verwenden. Ich benutze NeoVim, NVim. Ja, es gibt auch Vim. Vim ist das ursprüngliche. Vim sieht genauso aus. Sie können mit G-Edit oder was weiß ich. Sie können einfach ein Programm, mit dem man eine Textdatei hat. Ein Programm ist einfach eine Textdatei. Also ganz wichtig. Das habe ich noch nicht hochgeladen. Erinnern Sie mich daran, wenn ich das vergesse, so eine Konfigurationsdatei. Jeden Editor kann man auf 100 Arten konfigurieren. Zum Beispiel, dass hier die Teilennummern stehen, dass man hier ein bestimmtes Color Scheme hat. Sie sehen jetzt schon hier, das ist ein Kommentar. Slash, Slash. Ein Kommentar ist in blau. Int heißt Integer. Das heißt, diese Funktion gibt ein Integer zurück. Ist hier fett und grün. Das hat die Farbe. Das ist das Color Scheme, von dem sprach ich gerade. So etwas kann man alles konfigurieren in jedem Editor. Meine Konfigurationsdatei stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. So, jetzt schreiben wir mal ein erstes einfaches Programm und schreiben wir mal, ich bin hier gerade noch ein bisschen durcheinander mit dem Tippen, printf und nehmen wir mal, wir schreiben mal alles, scheiße, deine Elli. Genau, so, weiß nicht, ob das jeder kennt. So, wir schreiben einfach mal irgendwas auf die Konsole und jetzt wollen wir das gerne ausführen. Wie führt man ein Programm aus in C++? Das ist nur ein Text. Jetzt muss ich das erstmal übersetzen in Maschinensprache. Dazu gibt es in der letzten Vorlesung, sage ich noch was, nehmen wir jetzt einfach erstmal so hin und lasse es dann laufen. Das heißt, ich muss jetzt hier einen Compiler benühen, wir benutzen Clang++, das steht glaube ich auch, da gehe ich nochmal kurz auf die Folien drauf. Clang++, ruft man einfach auf mit dem Programm, das man übersetzen möchte. Ich benutze 1406, auf dem Linux-Image ist 1400, das ist einfach der Standard Clang++ von Ubuntu 22. Sie können andere Versionen benutzen, gibt dann oder auch weniger, höher, dann haben Sie aber vielleicht Fehler, die wir hier nicht kriegen. Also benutzen Sie, man kann auf jedem Betriebssystem jede Version praktisch installieren. Schauen Sie, dass Sie auch Version 14 haben, damit wir hier auf demselben Stand sind. Genau, so. Jetzt kann ich das mal hier übersetzen und ich mache jetzt erstmal einfach Prime CPP. Das heißt einfach, übersetze mir diese Datei, die ich hier links geschrieben habe, in Maschinencode. Genau. So, jetzt fängt es schon gut an. Es sagt, printf kennt er nicht. Ich werde Ihnen in der ersten Vorlesung hier so ein paar Sachen erstmal rein syntaktisch erklären. In der nächsten Vorlesung wird das dann klar. Ich muss sagen, printf, diese Funktion, die was auf die Konsole schreibt, die ist irgendwo deklariert. Und zwar hier. Die eckigen Klammern heißt, suche diese Bibliothek, Modul, was immer, irgendwo auf dem System. Du weißt schon, wo. Das muss man einfach hinschreiben. Was es damit genau auf sich hat, erkläre ich später noch. Kommt noch. So, jetzt geht's. Jetzt haben wir es kompiliert. Es ist nichts passiert. Aber wir sehen, wenn wir uns die Dateien anschauen, haben wir jetzt hier eine Datei a.out. Das ist jetzt das Programm in Maschinencode. Wir können uns das auch anschauen. Eine 11-Datei. Sie sehen, alles soweit in Ordnung. Genau. Und die können wir jetzt ausführen. Punkt im aktuellen Verzeichnis. Wenn ich jetzt a.out mache, findet er die nicht. Ich muss sagen, aktuelles Verzeichnis slash a.out. Wunderbar. Alles scheiße. Deine Ellie hat funktioniert. Unser erstes Programm. a.out. Warum? Naja, es ist halt eine Datei und a ist halt der erste Buchstabe, nennt man sie halt a.out. So wollen wir das nicht machen. Ich kann, ich lösche die jetzt mal wieder. Jetzt habe ich nur das. Jetzt kompiliere ich es nochmal und sage, gib doch der Ausgabedatei bitte einen ordentlichen Namen. Und wir nennen sie einfach so, wie wir das Programm hier auch genannt haben, vom Basisnamen. Jetzt habe ich genau dasselbe und jetzt heißt es Prime. Macht zwar noch nichts mit Prime, aber kann ich jetzt auch ausführen. Kommt genau dasselbe. Wunderbar. Unser erstes kleines Programm. Andere Compiler. LLVM ist kein Compiler, sondern LLVM ist das Projekt, das Clang++ macht. Und GCC oder G++ sollten Sie nicht benutzen. Sie können benutzen, was Sie wollen, aber Sie kriegen dann halt Abweichungen, Fehlermeldungen, Probleme, die wir hier vielleicht nicht haben. Da diese Frage kommt, also es gibt zwei große Compiler-Projekte. Es gibt den GNU-Compiler, G++ heißt der, und es gibt den Clang++, der von dem LLVM, von der LLVM-Developer-Group ist. Die sind sich sehr ähnlich mit subtilen Unterschieden. Wir benutzen halt den aus Gründen. Können wir auch separat noch drüber reden. Also das kann ich ausführen. Wie geht es weiter? Kommando-Zahlen-Argumente. Jetzt schreiben wir doch mal unser Primzahl-Programm. Das lösche ich wieder. Ich würde jetzt gerne mein Programm würde ich gerne so aufrufen. Ich würde gerne sagen Prime42 und jetzt sollen wir das Programm sagen, ist 42 eine Primzahl oder nicht. Praktisch jedes Programm, das wir schreiben werden, wird sowas haben. Man muss dem ja irgendwas mitgeben, mit dem es dann irgendwas machen soll. Praktisch jedes Programm macht das. So, wie funktioniert das? Jetzt kommt gleich schon was, das ist relativ kompliziert in C++, aber rein syntaktisch ist es einfach. Richtig verstehen tun wir es erst in Vorlesung 4. Das sagt schon was über die Sprache, dass sowas Einfaches wie Argumente übergeben schon im Low-Level nicht so einfach zu verstehen ist. Aber in der Benutzung ist es einfach zu verstehen. So, ich mache jetzt hier mal argc und das reicht ja erstmal fürs Übungsblatt. argc, k stehen argv. Das ist jetzt einfach, wie viele Argumente bekomme ich mit? Das ist einfach eine Zahl in Integer und das sind die Argumente. Stern, Stern. Wer es nicht schon weiß, kann man jetzt nicht verstehen. Jetzt mache ich einfach mal, wenn wie viele Argumente habe ich, wenn ich so aufrufe? Tatsächlich habe ich zwei. Das hier zählt als nulltes Argument. Das als erstes. Wir gewöhnen uns gleich an, dass wenn wir ein Programm schreiben und man, und ich schreibe mal hier drüber ein Kommentar, Pass, Command Line Arguments, so nennt man die. Wir schreiben übrigens Kommentare immer auf Englisch grundlegend, weil die Sprache ist auch auf Englisch. So, wenn ich das nicht genau aufrufe mit zwei, dann sage ich doch mal netterweise, wie man das aufruft. Dann sage ich, du solltest das Programm so aufrufen. Das gewöhnen wir uns gleich an. Also einfach hier mit einer Zahl. Genau. Und dann verlasse ich das Programm. Beziehungsweise das Programm kann ich einfach mit 1 verlassen. Die Main-Funktion gibt auch einen Wert zurück. Deswegen hier Int. Und hier gebe ich den Wert 1 zurück. Das erkläre ich Ihnen auch gleich kurz. Wo spielt die 1 eine Rolle? Brauchen wir jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, ganz interessant. Jetzt habe ich ein Programm geschrieben, das einfach schaut. Habe ich das mit zwei Argumenten aufgerufen, wie hier? Dann alles klar, dann geht es weiter. Wenn nicht, if, kriege ich diese Usage-Info. Also jetzt muss ich natürlich das erst mal neu kompilieren. Jetzt rufe ich es nochmal auf, kommt nichts. Wenn ich es ohne Argumente aufrufe, kommt das. Oder wenn ich es hier mit mehreren Argumenten aufrufe, kommt auch das. Das ist also schon mal korrekt. Return 1, wie sehe ich das? Der Rückgabewert vom Programm, wenn ich was aus einer Konsole aufrufe, wie zum Beispiel hier, den Rückgabewert kriege ich, da steht in der Variablen Dollar. Dollar sind Shell-Variablen hier von dieser Konsolenprogramm. Dollar? gibt mir den Return-Code. 1 hätte ich jetzt hier hingeschrieben. 1, 2, 3. Nur mal zum Kontrolle. Mach das hier. Auch immer gut, wenn man was verstehen will. Man spielt so rum, probiert was aus. Jetzt mache ich es hier. Echo kriege ich 123. Also keine Magie. Das ist jetzt so ein Beispiel für so eine Low-Level-Sache. Wenn man die nicht weiß, ist das alles völlig außerirdisch. Aber eigentlich ist es ganz einfach zu verstehen. Wenn es einmal, irgendwas ist hier in meinem, total verwirrt. Irgendwas in meiner Tastatur falsch rum. Caps Lock. Caps Lock könnte sein, ja. Mal gucken. Nö. Jetzt wieder, Editor hat alles andersrum gemacht. So, genau. Jetzt machen wir, also wir schreiben, das habe ich jetzt gerade erklärt. Und jetzt wollen wir das erste Argument. Argv sind die Argumente. Argv von 0 wäre jetzt einfach, so habe ich es aufgerufen. Das hier ist Argv-Eckige-Klammer 0. Warum man das schreibt, brauchen Sie jetzt nicht zu verstehen. Nehmen Sie es einfach hin. Das erste Argument, das hier ist Argv-Eckige-Klammer 1. Das hier ist Argv-Eckige-Klammer 2. So machen wir das. Das ist erstmal nur eine Zeichenkette. Strings machen wir auch noch nicht. A2i macht einfach eine Zahl draus. Nehmen Sie es einfach hin. Was das genau heißt, erklären wir in den nächsten Vorlesungen. So, jetzt haben wir also das. Und jetzt wollen wir den now check whether n is prime. Genau, und jetzt fangen wir doch mal an, hier unseren Code zu schreiben. Checking, whether. Jetzt, das ist auch noch was. Wenn ich in so einem printf, printf ist übrigens c, in c++ gibt es was anderes, sehen wir auch noch, irgendwie hier eine Zahl einbauen will in die Ausgabe. Das n ist ja jetzt erst zur Laufzeit bekannt. Dann macht man das so, so eine ganz klassische Sache. Ich schreibe hier so einen Platzhalter rein. %d, d für Decimal heißt Platzhalter für eine Zahl. Das schreibe ich dann einfach so. Das ist New Line. Und jetzt schreibe ich hier mit Komma die Argumente. Wenn ich jetzt hier drei Platzhalter habe, muss ich hier drei Variablen hinschreiben. Hier jetzt zum Beispiel das n. Das heißt einfach Checking Weather und hier setze das dafür ein. Und das ist das n. Das machen wir jetzt. Genau. Ich muss es erst immer noch mal kompilieren. Aha. Jetzt habe ich schon was falsch gemacht. Error expected. Genau. Ein Grund, Johannes hat es glaube ich gerade schon geschrieben, warum wir Clang++ benutzen, ist, dass er einem ordentlichere Fehlermeldungen gibt. Also GG++ hat teilweise mal den Semikolon vergessen und dann kamen 37 Bildschirmseiten, wo alles drin stand, nur nicht Semikolon. Hier fehlt das Semikolon. Und Clang++ sagt, es fehlt das Semikolon. Donnerwetter. Also hier muss... Ja, gerne, eine Frage. Ja, und bei ArcC und Ständchen, Ständchen, in der ArcBau sind das vorgegebene Figur und so viel? Genau, wie gesagt, das kann man jetzt noch nicht verstehen. Das sind die Argumente der Funktionen. Also wenn hier, wenn ich das aufrufe, so wie ich das mache, dann wird das hier aufgerufen, die Main-Funktion mit den Argumenten ArcC1234 und ArcV hat dann diese vier Strings. Was damit genau auf sich hat, können wir jetzt noch nicht verstehen. Erkläre ich in einer der späteren Vorlesungen. Kommt aber. Müssen Sie jetzt einfach so hinnehmen. Und jetzt, wir müssen es natürlich immer neu kompilieren, klar. Ich gehe übrigens mit Pfeiltaste nach oben. Das hat auch jede Konsole, jede Shell. Pfeiltaste nach oben, kriege ich die Kommandos, die ich schon getippt habe. Sehr praktisch. Also wenn ich jetzt hier nach oben gehe, mache ich einfach so lang, bis ich meinen Clang finde. Was ich auch machen kann, Steuerung R und dann tippe ich was, dann suche ich das einfach so. A2i, das ist jetzt eine Funktion, die ist aus der Standard-Bibliothek. Das nehmen wir jetzt auch einfach hin. Die muss ich hier auch noch inkluden. Ich muss sagen, da haben irgendwelche Leute Code geschrieben für Sachen, die man immer braucht. Std-Lib, da steht das A2i drin. Muss ich natürlich wissen, das sagt mir der Compiler hier nicht. Mehr brauchen Sie aber jetzt erstmal nicht. Wir werden Ihnen immer genau sagen, was Sie inkluden müssen. Und jetzt müsste das gehen. Jetzt kann ich das ausführen. Ohne Argumente kommt das. Mit Argument. Okay. Jetzt hat er das Argument eingelesen. Er hat es offenbar. 42. Und jetzt muss man eigentlicher Code kommen. Und so, jetzt ist dreiviertel Stunde rum. Und ich würde sagen, wir machen fünf Minuten Pause, lüften und dann geht es weiter. Bis gleich wieder. So, wir haben jetzt alles in die Wege geleitet. Es gab aber noch alle möglichen Detailfragen, um jetzt unser eigentliches Programm schreiben zu können. Wir können jetzt, wir haben schon ein einfaches Programm geschrieben. Wir können Kommandozeilen-Argumente einlesen. Wir haben es jetzt hier zur Verfügung in der Variablen n als Integer. Und jetzt können wir unser eigentliches Programm schreiben. Es kam noch eine Frage zu Referenzen, ganz kurz. Hier letzte Folie gibt es Referenzen, insbesondere C++. Es gibt C++-Coms, etwas einfacher. Tutorial können Sie schauen. Und dann die ultimative Referenz aus unserer Sicht ist CPP-Reference. Das ist dann sehr ausführlich, etwas technischer, aber da steht dann wirklich alles. Also auch genau, was der Standard sagt. Und die Folien bekommen Sie auch jetzt schon auf dem Wiki. Hier sind Folien verlinkt. Auch immer schon vor der Vorlesung. Nicht lange vor der Vorlesung, aber zumindestens vor Beginn. So, wir schreiben jetzt unser Programm und Sie passen auf, dass auch alles funktioniert. Sie sind mitverantwortlich. Wir wollen jetzt einfach, wir haben ja gesagt, wir checken jetzt einfach alles von 2 bis Wurzel n, ob es ein Teiler ist. Also wir wollen jetzt schreiben, wir fangen mal an und ich mache das mit einer While-Schleife. Wir fangen mal an mit i gleich 2, Semikolon, While. Und jetzt würde ich gerne sowas schreiben, Bedingungen muss man in Klammern schreiben, i kleiner gleich Square Root of n. Da müsste jetzt wieder, Square Root gibt es natürlich, es muss die Wurzel von der ganzen Zahl nehmen, ist eine gebrochene Zahl. Aber ich kann das natürlich äquivalent so schreiben. i mal i kleiner gleich n ist dasselbe wie, dann brauche ich, habe ich einfach nur ganze Zahlen hier. Und hier mache ich jetzt, was mache ich da? Ich gucke jetzt, ob, if, ich bin etwas verwirrt wegen dieser, warum ist das hier gehighlighted? Gibt es dafür einen Grund oder bin ich gerade blind, warum sind diese Sachen hier unterlegt? Habe ich irgendeinen Fehler drin oder irritiert mich gerade etwas? Aber vielleicht können wir es, ah, weil ich gerade das if schreibe. Nö, ich bin einfach verwirrt. Wir ignorieren dieses Color Scheme, irritiert mich gerade etwas. Wir machen einfach weiter. Jetzt will ich wissen, ist i ein Teiler von n? Wie kann ich das machen? Naja, nehmen wir doch einfach mal n Modulo i, n Modulo i teilt durch i und gibt mir den Rest. Wenn der Rest 0 ist, ist es ein Teiler davon. Und dann mache ich doch einfach mal printf, found a device. Also, wir haben einen Teiler gefunden, den nenne ich mal hier %d off von der Zahl not prime. Schreiben wir es doch einfach mal so. Und jetzt geben wir, was ist der Divisor i und das war n. Schauen wir mal, was dann passiert. Genau. Und dann kann ich ja die Funktion einfach verlassen. So, ich habe einfach einen Teiler gefunden und ansonsten geht es weiter. Und wenn ich hier mit der Schleife fertig bin, dann kann ich schreiben, wenn ich keinen Teiler gefunden habe. Ich habe alles ausprobiert. Did not find any divisor. Ah, jetzt ist leider, das passiert immer ab irgendeiner Zeit. Auf n. Und schreiben wir es doch hier mal, number is not prime, number is prime. Genau. Und bin ich hier. So, und Sie sagen mir, ja, machen Sie gerne zu, auch wenn das dann auf Kosten von CO2, beziehungsweise nicht auf Kosten, aber das müssen wir machen. So, und Sie passen bitte genau auf und sagen mir, ob irgendwelche Fehler drin sind. Wir haben jetzt also einfach alle durchprobiert in so einer Schleife und wir kompilieren es jetzt mal. Es ist kompiliert und jetzt lassen wir es laufen mit prime 42. Checking whether 42 is prime, geht jetzt hier die von 2 bis Wurzel n durch und hat 2 gefunden. Number is not prime. Soweit korrekt. Nehmen wir mal eine tatsächliche Primzahl. Gut, 43 ist auch eine ziemlich große Zahl, das heißt immer C++ effizient. Dauert aus irgendeinem Grund sehr lange. Sie inkrementieren nicht. Ich inkrementiere nicht, sagt da jemand aus dem Off. Wo würden Sie denn inkrementieren? Am Ende der Y-Schleife. Ja, am Ende der Y-Schleife. Ja, ich fange hier mit 2 an, teste, ob 2 ein Teiler ist und das mache ich so lange, bis I das Wurzel n nicht erreicht hat. Aber I bleibt immer gleich, das heißt hier wird das Computer beschweren sicher nicht. Aber es wäre schon gut, wenn ich hier das I erhöhe. I gleich I plus 1. Machen wir es doch mal. Ah, jetzt Entschuldigung, jetzt bin ich hier etwas durcheinander gekommen. Wir unterbrechen das mit STRG-C. Ich kompiliere es nochmal. 43, jetzt hat es geklappt. Ja, es ist ja alle durchgegangen. Did not find any divisor, number is prime. Das scheint zu klappen, irritiert mich, wenn das jemand rausfinden kann, warum hier diese schließenden Klammern aus irgendeinem Grund, sind die einfach so, als wäre was falsch. Das ist doch total irritierend, oder? Im Chat schlägt da jemand vor, war das die letzte Suche oder so, die gehandelt ist. Ah, genial. Danke. Super. Genau. Ja, ja, genau. Super, super. Jetzt steht da unten diese rote Fehlermeldung, genau. Also für Leute, die so ein bisschen eine Meise haben, ist sowas sehr irritierend. Wie kriege ich das jetzt weg? Gar nicht. Okay. Ah ja, so. Wunderbar. Das ist I gleich I plus 1, erhöht den Wert der Variablen plus 1. Man kann dafür auch schreiben I plus plus. Ja, das macht genau das. Deswegen heißt C plus plus C plus plus. Genau. I plus plus erhöhe I plus 1 oder plus plus I. In dem Fall hier dasselbe, weil ich mit dem Wert nichts mache. Der Unterschied ist, wenn ich das an eine Variable zuweise, kriege ich den Wert. Also wenn ich das hier machen würde, ich habe eine andere Variable. x gleich, ah, jetzt habe ich x gesucht. Aha. So. Wenn ich das an eine andere Variable zuweise, das heißt erhöhe I plus 1 und jetzt ist die Frage, kriegt x den Wert von I vor oder nach der Erhöhung? Das ist plus plus I. Ja, plus plus I heißt, es kriegt den Wert danach. Genau. Ja, I um 1 erhöhen, aber das ist jetzt hier nicht wichtig. Genau, können Sie ja nachlesen. Das macht es, das funktioniert. Wir haben unser Programm funktioniert. Ja, wir haben es. Prime 42 funktioniert, Prime 43 funktioniert. So, jetzt kommt noch ein Schritt, der wichtig ist. Gehe mal wieder auf die Folien zurück. Wenn ich die hier finde, wo wir gerade sind, kompiliert haben wir. Kommando, Zahlen, Argumente haben wir gemacht. Wie gesagt, argv und argv1. Genau, Johannes kümmert sich um die Fragen im Chat. Wunderbar. Jetzt kommt die zweite Version. Ich schreibe das jetzt in zwei Dateien. Ja, ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie Sie in der Einführung die Programmierung gemacht haben. Ist okay, man schreibt mal alles in eine Datei. Man schreibt die Sachen in mehrere Dateien. Warum sehen wir jetzt? Ich mache jetzt erstmal was, was genau dasselbe macht. Und warum ich das mache, sehen Sie dann gleich. Erkläre ich jetzt nicht. Ich würde jetzt gerne diese Funktion, die das Eigentliche macht, den Primzahl-Check in eine eigene Datei schreiben und die Main-Funktion, die mein Programm ausführt, die Kommando-Zahlen-Argumente liest, in eine andere Datei. Deswegen schreibe ich jetzt hier mal Doppelpunkt SP, Split-Screen. Ich öffne jetzt eine zweite Datei hier im Editor. So geht das in Vim oder Neo-Vim. In anderen Editoren geht das anders. Ich habe jetzt hier unten Prime-Main. Hier steht jeweils drunter, welche Datei das ist. Hier oben, wenn ich hier hin wechsle, ist es die Datei, hier unten ist es die Datei. Ich lese jetzt hier einfach nochmal genau dasselbe ein. Ich teile das jetzt einfach auf. Hier hätte ich jetzt gerne die, und ich gehe erstmal hier oben hin, in Prime. Hier hätte ich jetzt einfach gerne nur die Funktion stehen, ohne diesen ganzen Einlese-Quatsch und auch das Print-F machen wir hier mal weg. Und die nenne ich jetzt einfach mal Is-Prime oder Check-If-Prime. Nennen wir sie doch so. Einfach eine gegebene Zahl, das ist jetzt einfach eine Funktion. Und wir schreiben auch mal einen Kommentar darüber. Check-If-N-Is-Prime. Ja, das ist einfach eine Funktion, die kriegt eine ganze Zahl, n, und soll checken, ob sie Prime ist. Und die gibt eine boolsche Variable zurück, true oder false. Und machen wir das doch mal, wir können den Code wiederverwenden. Hier habe ich jetzt einen Teiler gefunden, das heißt, die Zahl ist nicht prim. Und hier unten habe ich keinen Teiler gefunden, das heißt, die Zahl ist prim. Genau, machen wir das doch mal so. Und dann, das mache ich mal weg. Warum, sehen wir gleich. Found-Device of, das mache ich mal so. Ich habe es ein bisschen weniger Messages gemacht, da kommen gleich auch noch zu. Das ist jetzt genau dasselbe wie vorher. Ich habe es jetzt nur in eine eigene Funktion geschrieben. Eine Funktion, die einfach guckt, ob die gegebene Zahl prim ist mit dem selben Algorithmus. Wenn nein, gibt es false zurück. Wenn ja, gibt es true zurück. Jetzt gehe ich mal in mein Main-Programm und da brauche ich jetzt den Code natürlich nicht nochmal haben, sondern jetzt kann ich einfach hier das aufrufen. Jetzt mache ich es mal einfach so. Ich rufe jetzt die Funktion auf, check if prime n. Und jetzt je nachdem, wenn, also die gibt mir true zurück, wenn es Prime ist, dann schreibe ich jetzt hier einfach printf. Wie machen wir es? Na ja, machen wir einfach is prime. Schreiben wir es doch einfach so. Und sonst, also sehen wir jetzt hier auch schon ein paar grundlegende Konstrukte, so wie if else. Das erkläre ich jetzt nicht. Bin hier noch etwas else. Und sonst schreibe ich dasselbe. Printf is not prime. Ich habe jetzt ein bisschen andere Fehlermeldungen hier. Jetzt schauen wir mal, ob das kompiliert. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich ja zwei Dateien. Aber eigentlich ausführen will ich ja nur das hier, dieses Prime Main. Also werde ich das jetzt mal kopieren. Ich werde mal dieses ausführbare Programm von vorher löschen. Warum hier im Doppelpunkt W steht, versteht auch kein Mensch. Ich habe jetzt zwei. Ah, das kann ich jetzt nicht löschen. Doch. Ich habe jetzt hier zwei Dateien, Prime und Prime Main. In welcher Stelle wird ihm. Jetzt mache ich mal dasselbe. Ich mache Prime Main, Prime Main. Ja, ich übersetze jetzt mal nur das und schaue mal, was passiert. Und jetzt kriege ich eine Fehlermeldung, die sagt mir, du benutzt hier check if prime, aber ich kenne das nicht. Naja, das ist auch verständlich, weil das check if prime habe ich zwar irgendwo definiert, aber in einer anderen Datei. Das muss ich jetzt dem irgendwie sagen. Ich muss sagen, die Definition steht hier. Und das mache ich wieder mit include. Und zwar so. Include. Und hier sage ich jetzt, guck dir auch mal an, was in der Datei da steht. Und an der Stelle kann ich jetzt auch erklären, was include macht. Und zwar, include nimmt einfach den Inhalt dieser Datei und setzt den hier in. Also include ist wirklich äquivalent dazu, als würde ich jetzt die Zeilen der Datei nehmen und würde sie hier reinpasten. Das macht genau dasselbe, nur dass man es nicht machen muss, sondern einfach schreiben kann, tu so, als würde ich das machen. Jetzt sehen Sie auch schon den Vorteil von das in separate Dateien schreiben. Wenn ich diese Funktion jetzt irgendwo anders benutzen möchte, kann ich auch einfach include prime cpp schreiben. Ich muss dann nicht jedes Mal den ganzen Code dahin kopieren. Also ganz einfach. Ich sage einfach, nimm den Inhalt der Datei und setze ihn hier an die Stelle. Und gleich sehen wir auch eine ganz konkrete Anwendung davon. Jetzt probieren wir das nochmal. Das funktioniert jetzt. Und jetzt müssten wir prime main aufrufen können. Wir haben es ja umbenannt. Usage info 42. Ich kriege jetzt auch noch diese Fehlermeldung, also diese Meldung aus der Funktion, ist not prime. und 43 ist prime. Das Programm macht genau dasselbe wie vorher. Wir haben es jetzt nur ein bisschen umgebaut. Wunderbar. Wir sind einen Schritt weiter. Gehen wir kurz zu den Folien. Das habe ich erklärt. Übrigens, include von einer cpp-Datei ist vollkommen falsch. Für die, die schon c++ programmieren, das macht man niemals so. In der nächsten Vorlesung sehen wir, wie man es wirklich macht. Aber jetzt für die erste Vorlesung, wir müssen ja irgendwie anfangen, ist das vollkommen in Ordnung. Also man include keine cpp-Dateien. Man include nur .h-Dateien. Aber heute haben wir noch keine .h-Dateien. Können Sie mal ganz kurz testweise aufmachen, ob da unten immer noch Party ist. Es ist noch Party. Okay, wir müssen etwas beklemmen, wenn ja alles zu ist. Aber wir sind noch nicht wieder bei 2000. Noch nicht wieder EO10. Gut, was kommt jetzt? Jetzt schreiben wir eine dritte Datei mit Tests. Und was Tests sind, bevor ich das erkläre, mache ich es einfach. Ich schreibe jetzt eine dritte Datei, prime-test.cpp. Ich möchte jetzt gerne, und das machen Sie ab jetzt, ab dem ersten Übungsblatt, für den Rest Ihres Lebens. Man schreibt immer auch Programme, die testen, ob mein Code das macht, was er machen soll. Und zwar automatisch. Hier habe ich ja jetzt, das habe ich jetzt mal ausgeführt. Stimmt, stimmt, ja, stimmt. Aber ich will ja nicht immer hinterher mein Programm aufrufen, mit bestimmten Eingaben, um zu schauen, ob es das macht. Das soll automatisch passieren. Unbedingt. Ganz entscheidend. Machen wir jetzt hier. Hier fehlte noch das, nee, das stand da. Und jetzt schreibe ich mal hier, Test. Und jetzt, es geht um Primes und die Funktion ist Check if Prime. Ich schreibe jetzt hier Test hin und ich nehme es gleich vorweg. Dieses Test ist jetzt ein Makro. Was ein Makro ist, sehen wir später noch. Sie können es einfach hinschreiben. Und das ist wieder irgendwo anders definiert. Und zwar in der Google Test Bibliothek, die ich so inklude. Was mit diesen ganzen Includes und den Details auf sich hat und was Punkt H hat, sehen wir in der nächsten Vorlesung. Eine Sache kann ich jetzt schon kurz erklären. Eckige Klammern und das hier heißt, ich sage dir genau, wo du suchen sollst. Suche bitte im aktuellen Verzeichnis und in die Datei. Das heißt, das Punkt, das schreibt man in Anführungszeichen. Eckige Klammern heißt, diese Bibliothek steht irgendwo auf deinem System und du weißt schon so. Das ist einfach, damit so Sachen auf vielen Systemen funktionieren. Jedes System sollte wissen, wo Standardbibliotheken von CC++ stehen. Und das sagt einfach, such da, wo die halt bei dir stehen. Weil auf dem einen System stehen sie hier, auf dem anderen da. Wenn ich hier einen absoluten Pfad hinschreiben würde, würde es vielleicht bei mir klappen, bei jemand anders nicht. Ist es ruhiger geworden? Machen Sie doch nochmal auf. Ja, wunderbar. Können Sie den Schnöpsel da drunter? Geht das hinten auch? Also wenn ihr ganz zu ist, das kriegt man. Genau, sonst müssen wir die da unten. So, und jetzt passen Sie auf. Das geht jetzt erstaunlich einfach, einen Test zu schreiben. Ich schreibe jetzt einfach, so was, ich rufe jetzt mal auf, na fast, ist check prime 42 und da soll rauskommen false. Also es ist einfach ein Test. Unsere Tests werden auch erst mal so einfach sein. Ruf das mal auf und check mal, ob da false rauskommt. Ja, 42 ist keine Primzahl. Also meine Aufrufe von der Kommandozeile. Und hier soll schu rauskommen, weil das false ist. Das ist jetzt schon mein ganzer Test und Ihre ersten Tests werden genauso einfach sein. Testen ist so eine Welt für sich. Das wird dann natürlich komplizierter in Wirklichkeit, aber unsere Tests hier sind oft sehr einfach. Wahnsinnig nützlich, sehen Sie gleich noch. Jetzt kann ich den Test natürlich auch einfach übersetzen. Und jetzt wird es schon einen Tick komplizierter. Das ist ja einfach auch. Ich übersetze jetzt dieses Testprogramm. So, es fängt jetzt schon damit an, dass er isCheckPrime nicht kennt. Was muss ich machen? Include, genau. Das sollte ich mal inkluden. Also kann er ja nicht wissen, weil es eine andere Datei ist. Und Sie sehen schon, dadurch, dass ich das eine eigene Datei geschrieben habe, kann ich das sowohl hier als auch in meinem Mainprogramm als auch in meinem Testprogramm. Das sind ja jetzt zwei verschiedene ausführbare Programme. Use of undefined, okay. Was habe ich jetzt falsch gemacht? IsCheck, isCheckPrime, okay. Sie passen auf, oder? CheckIfPrime. Sie müssen dazwischen schreien, wenn hier irgendwas nicht richtig ist. CheckIfPrime habe ich das, glaube ich, genannt. Ah ja, genau. Also CC++, das, was es damit auf sich hat, lernen Sie in der zweiten Vorlesung. Was man unbedingt lernen muss bei CC++, wenn man diesen Zeichensalat kriegt, dass man schaut, wo muss ich hier drauf schauen. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, so viel Erfahrung braucht man hier nicht, dann sieht man hier Undefined Reference. Undefined Reference, das heißt, irgendwas, was dieses Test macht, kenne ich nicht. Aber das ist jetzt keine Compiler-Fehlermeldung, sondern eine Linker-Fehlermeldung. Die ganze nächste Vorlesung geht darüber, zu verstehen, was ist ein Compiler, was ist ein Linker. Das ist dieser sogenannte Low-Level, den wir hier verstehen wollen. Das braucht man in Python nicht, weil Python ist eine interpretierte Sprache. Bei kompilierten Sprachen braucht man das. Jetzt erkläre ich Ihnen das nicht für die erste Vorlesung. Einfach nur das wie. Sie schreiben hinten dran, minus L, G-Test. Bitte diese Bibliothek dazu linken, was immer das heißt. Minus L steht für Minus, ist eine Kommandozeilenoption. L steht für Library, Bibliothek, G-Test, die Bibliothek. Und unser Problem verschwindet. Jetzt kommt noch eine Sache, die können wir wieder verstehen. Hier ist keine Main-Funktion drin. Ich wollte eigentlich ein ausführbares Programm haben, das guckt, ob die Tests durchlaufen. Also, das muss ich jetzt hier noch machen. Und das steht auf den Folien. Machen wir das doch mal. Genau, int main. Mache ich mal hier dazu. Und zwar, das gehört einfach zu diesem Test-Framework. Lass mal alle Tests laufen und man muss es vorher noch initialisieren. Ich glaube, das steht auch auf den Folien. Genau, diese Argumente hier brauche ich nicht. Auch das, nehmen Sie es einfach hin. Das heißt einfach, was immer ich hier einen Test definiere, mit diesem Test-Makro. Makro habe ich nicht erklärt, erkläre ich in der nächsten Vorlesung. Schreiben Sie es einfach so für das aus. Und jetzt machen wir das. Jetzt haben wir ein ausführbares Programm. Wenn ich jetzt hier hingehe, ich habe jetzt prime main, das war das, mit dem wir die ganze Zeit rumgespielt haben. Prime test, das ist jetzt etwas größer, weil da auch so das Google-Test-Framework, der Code drin ist. Und das kann ich jetzt auch ausführen. Und das sieht jetzt so aus. Das ist jetzt einfach ein Programm, das automatisch nachprüft, ob man eine Funktion für 42 false gibt, für 43 true. Hier ist alles grün. Meine Tests sind durchgelaufen. Und ich glaube, Sie kriegen jetzt schon ein Gefühl dafür, dass das eine ganz gute Idee ist, Tests zu schreiben. Eine unschöne Sache sehen wir hier. Darum will ich mich kurz kümmern. Hier sind jetzt so Kommentare aus der Funktion. Das will ich eigentlich nicht in meinem Test haben. Das lösen wir mal wie folgt, indem ich hier jetzt noch ein Argument mitgebe. Das ist bool und das nenne ich mal verbose. Verbose heißt, soll ich hier noch Kommentare dazwischen treiben oder nicht? Ich mache es mal hier mit Default-Argument. Wenn ich es nicht mit diesem Argument aufrufe, dann ist das standardmäßig false. Und wenn ich jetzt hier if, also wenn ich es aufgerufen habe mit verbose gleich true, dann werde ich das hier einfach mal ausgeben und sonst nicht. Und bei meiner Main-Funktion rufe ich es doch mal mit true auf. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt meine Main-Funktion ausführe, dann kriege ich diese Meldung und bei meinem Test nicht. Ich probiere es doch gerade mal aus. Wenn ich hier meinen Prime-Main mache, müsste das, habe ich hier das noch irgendwo? Okay, da. Genau. Hier wird das ausgegeben. Und wenn ich jetzt meinen Test noch mal kompiliere, wo habe ich den hier? Und den Test laufen lasse, das war Prime-Main. Hier wird es jetzt nicht mehr ausgegeben. Wunderbar. Also Sie sehen, es ist zwar einfach, aber jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter, einfach durch die Menge. Aber das Schöne ist, jetzt können wir doch hier einfach noch ein paar, jetzt muss ich es nicht mehr von Hand ausprobieren. So, und jetzt kann ich hier assert equal, was ist denn noch? Check if Prime. Ist 1 eine Primzahl? Ja? Wer ist dafür, das wollen wir abstimmen? Oder Demokrat, ist 1 eine Primzahl? Nein, 1 ist keine Primzahl. Ist keine Primzahl. Ist 2 eine Primzahl? Was? 2? Ja oder nein? Ja. Ja, sehr gut. Aus dem Off kommt 2. Genau. Ganz wichtig bei Tests, immer Randfälle prüfen. Wir prüfen jetzt mal nicht Null- und negative Zahlen. Steht auf dem Übungsblatt auch nochmal. Unser, ja, muss nichts dazu sagen. Es geht nur um natürliche Zahlen. Sonst kannst du machen, was es will. So, da haben wir jetzt ja gar nicht dran gedacht. Und jetzt kann ich einfach mal das laufen lassen. Ich kompiliere es und lasse mal laufen. Und siehe da, für 1 stimmt es nicht. Haben wir einfach nicht dran gedacht. Sehen Sie, wofür Tests gut sind. Man schreibt die Tests, oft schreibt man sie sogar als erstes und dann sieht man, oh, mein Programm macht gar nicht das, was es soll. Wie können wir das, unten ist wieder Party, aber es geht noch. Wie können wir das hier fixen, dass i gleich 1 keine Primzahl ist? Also die Frage ist natürlich immer, wir müssen einfach jemanden einstellen, wo da unten die Leute verscheucht oder irgendwas versprüht. Ich glaube, Sie müssen es nochmal kurz zumachen und wir müssen 5 Minuten hier Beklemmung akzeptieren. Also die einfachste Art ist natürlich if n, Sie müssen aber schon mitmachen, ich hoffe, das wird noch besser in der nächsten Vorlesung. if n gleich 1 return false. Machen wir es doch einfach mal so, ich könnte es ja auch in dieselbe Zeile schreiben. So, vielleicht habe ich jetzt irgendwas anderes kaputt gemacht. Eine schöne Sache, so sollte man Tests natürlich nicht verwenden, ich schaue einfach mal, ob meine Tests durchlaufen. Tun Sie. Ja, also so kann man entwickeln, ist ein bisschen gefährlich, schreibe ganz viele Tests und dann mache ich einfach so lange Änderungen an meinem Code, bis alles durchläuft. Ohne Sinn und Verstand. Es gibt das Phänomen, müssen wir ein bisschen aufpassen, aber es hat schon was. Ich kann mal einfach schauen, wenn ich viele Tests geschrieben habe, ist jetzt kein Beweis, dass mein Programm korrekt ist. Kein Korrektheitsbeweis, aber schon mal n kleiner gleich n. Ja, guter Punkt. Da ist der Hinweis, machen wir das doch, dass eigentlich alle negativen Zahlen auch, machen wir das doch, sind auch keine Primzahlen. Wobei, da bin ich mir jetzt. Ist minus 2 eine Primzahl? Ist es mit den negativen Zahlen oder ist das Konzept da nicht definiert? Wir lassen das mal raus. Auf dem Übungsblatt steht das, Funktionen, das kann ich hier schon mal hinschreiben. Ich würde sagen, da minus 2 eine technisch gesehen Geradezahl ist und daher bei gerade Zahlen angesehen werden, weil sie die zweiteilbar sind, würde ich sagen, dass negative Zahlen auch Prim und nicht Prim sein können. Haben die tatsächliche Definition? Ja, guter Punkt. Es kommt natürlich darauf an, wie man es, aber die Standarddefinition. Danke für den Hinweis. Die Primär definiert Primzahlen, weil es natürliche Zahlen for n that are not. Aber eine wichtige Sache, die steht da auf dem Übungsblatt, for n that are not natural numbers. the behavior of this function is undefined. Das ist relativ typisch. Man hat einfach, ich sage einfach, wenn du die Funktion mit einer negativen Zahl aufrufst, selber schuld. Die Funktion kann dann alles machen. Sie stürzt vielleicht ab, sie löscht die Festplatte, das geht in eine Endlosschleife, tu es nicht. Das nennt man undefiniertes Verhalten. Das heißt, man muss nicht für alle Sachen was machen, man muss es nur hinschreiben dann. Wunderbar, das haben wir jetzt. Jetzt kommen noch ein paar drumherum Sachen. Irgendwie. Ja, nur. Also jetzt haben wir ein Programm, das läuft. Wir haben jetzt schon mal drei Dateien geschrieben. Ich zeige es dir nochmal. Das sind jetzt die Ausführer. Wir haben geschrieben, die Datei, wo die eigentliche Funktion drin steht, die Programm, die Datei mit dem, so dass ich es von der Kommandozeile aufrufen kann und automatische Tests. Schon mal ganz gut für das erste Mal. So. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben natürlich schönen Code geschrieben, aber der Code sollte Vorgaben genügen. Es gibt einfach Vorgaben, wie Code formatiert sein sollte. Dafür gibt es ein schönes Programm von den LLVM-Leuten, von den Clang-Leuten. Das heißt Clang-Format. Das kann ich jetzt hier mal ausführen mit Kommandozeilen. Ich mache mal Clang-Format und nehme mal die Datei, die hier links offen ist, prime.cpp, 14. Man muss hier die Versionsnamen angeben. Die Argumente erkläre ich jetzt mal nicht, wie error prime.cpp. Ich sage mal, überprüfe mal den Code. Und da sagt er mir, das ist nicht okay, dass ich hier, man kann das machen in C++, dass man auf dieselbe Zeile, wenn es nur eine Anweisung ist, aber eigentlich soll man geschweifte Klammern drumherum machen und das auf eine neue Zeile schreiben. So, was ich jetzt machen kann mit Clang-Format, wir hatten früher immer C++-Lint verwendet von Google. Inzwischen benutzen wir Clang-Format. Wenn ich Clang-Format einfach keine Argumente mitgebe, dann macht er mir das Programm so, wie es schön formatiert wäre. Formatiert es automatisch. Und ich kann es sogar in Place machen. Das zeige ich Ihnen hier. Also im Editor kann ich jetzt hier aufrufen, Clang-Format 14 minus I. Ändere die Datei an Ort und Stelle. Prozent ist einfach die Datei, die gerade offen ist. Bam. Jetzt hat er sie mir hier geändert. Also das heißt, Sie brauchen gar nicht mehr selber durch den Code gehen und schauen, wer füllt das die Vorgaben, sondern Sie rufen einfach. Ah, interessanterweise hat er keine geschweiften Klammern hingemacht. Das überrascht mich jetzt. Ich glaube, jetzt wird er die sogar nicht wegmachen, oder? Nö. Also das heißt, es ist gar nicht eindeutig. Je nachdem, was ich mache, manche Sachen werden akzeptiert. Also insbesondere, nur um das mal zu veranschaulichen, ich hätte meinen Code auch alles in eine Zeile schreiben können. Jetzt steht mein gesamter Code in einer Zeile. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Dem Compiler ist das egal. Ja, funktioniert auch. Ich habe jetzt meinen gesamten Code in eine Zeile geschrieben. Ohne, wer braucht schon Zeilenumbrüche? Der Compiler nicht. Und jetzt sage ich, formatiere mir das mal schön. Bam. Ja, nett. Das ist schon sehr nett, weil formatieren kann auch ziemlich nervig sein. Kümmert sich wirklich um alles, um zu lange Zeilen, dass es schön eingerückt ist und so weiter. Sehr praktisch. Ist deswegen auch eine harte Vorgabe. Wenn Sie bei uns was hochladen, sehen wir gleich, wird automatisch überprüft, ob Sie das gemacht haben. Leerzeilen zu haben, genau. Ja, Leerzeilen ist so ein Thema. Muss man Leerzeilen haben, wie hier oder nicht? Also das überlässt, glaube ich, Klang vor mit Ihnen. Wenn ich das hier mache, wird er mir die nicht wegmachen. Also der lässt einem ein bisschen Spielraum. Ruiniert einem jetzt nicht so Layout-Sachen. Also wenn ich Code strukturieren will mit Leerzeilen und Blöcken, das, ja. Das heißt, es wird nicht ein, ja, es ist nicht eindeutig in der Hinsicht. So. Super praktisch, ja. Habe ich Ihnen gerade erklärt. Im Editor, aus dem Editor heraus, übrigens das heißt, führe dieses Kommando aus, minus i heißt, ändere die Datei direkt, Prozent ist die aktuelle Datei im Editor. Das geht jetzt nur in WIM oder NWIM. In anderen Editoren gibt es vielleicht so etwas Ähnliches oder Sie machen es halt einfach von der Kommandozeile. So. Jetzt kommt noch ein anderes wichtiges Thema. Wichtig für das erste Übungsblatt schon und für den Rest Ihres Lebens. Das funktioniert jetzt bei uns. Also es ist extrem wichtig, wenn man Software schreibt. Das funktioniert jetzt bei uns. Und jetzt möchte ich Ihnen das geben oder andersrum Sie uns und jetzt soll es auch bei mir funktionieren. Nur weil es bei mir funktioniert, heißt es ja nicht, dass es auch woanders funktioniert. Vielleicht habe ich hier irgendwie besondere Umgebung, besondere Paralyse, Parometer, sodass es hier funktioniert. Dazu schreiben wir jetzt ein Make-File. Und was ein Make-File ist, erkläre ich Ihnen jetzt einfach auch einem Beispiel. Auf den Folien steht es ja noch etwas genauer. Und ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich schreibe mal hier Compile, Doppelpunkt. Was heißt den Begleich? Was haben wir jetzt hier die ganze Zeit gemacht? Ich habe zum Beispiel das hier benutzt, um mein Das klappt ja super. Das habe ich benutzt, um mein Main-Programm zu kompilieren. Und dann habe ich das benutzt. Das schreibe ich hier mal gerade zu Fuß hin. Das habe ich ja immer aufgerufen. Ich bin dann im Fall nach oben in meiner History hier nach oben gegangen, damit ich es nicht nochmal tippen muss. Ich schreibe die jetzt mal hier hintereinander. Was ich jetzt gemacht habe, ganz kurz zum Format. Das hier ist ein Tabulator hier vorne. Das dürfen keine Leerzeichen sein. Wenn ich jetzt hier einfach Leerzeichen mache, wird alles rot. In jedem vernünftigen Editor, Syntax-Highlighting nennt man das. Das heißt, da stimmt was nicht offenbar. Ich muss hier einen Tabulator machen, einen Tab. Übrigens ein Tabulator, der hat ja oft, wenn ich hier Tabulator mache, STRG-V. Wenn man wirklich das Zeichen haben will und nicht die Funktion des Zeichens, macht man vorher STRG-V. Dann kriegt man sowas hier. Das geht auch in den meisten Editoren, auch auf der Kommandozeile. Weil Tab hat oft irgendeine Funktion. Die will ich ja nicht. Wenn ich das Zeichen haben will, mache ich vorher STRG-V und drücke dann Tab. Steht auch auf den Folien. Was ist jetzt der Vorteil von dem hier? Ein Make-File-Compile, das ist ein sogenanntes Target, und jetzt kann ich einfach machen Make-Compile. Make guckt jetzt einfach, gibt es in dem Verzeichnis ein Make-File? Gibt es, habe ich gerade geschrieben. Gibt es da irgendein Target, irgendwas, was mit Doppelpunkt dahinter ist, namens Compile? Und dann führt er das einfach aus. Also das ist die erste Funktion von dem Make-File. Einfach Abkürzungen für Sachen, die ich häufig mache. Super einfach, super praktisch. Jetzt machen wir doch mal die anderen Sachen, die wir hier gemacht haben. Zum Beispiel den Check-Style. Und diese vier Targets, die ich Ihnen jetzt zeige, werden Sie ab jetzt für alle Übungsblätter verwenden. Wir wollten einfach Clang Format 14 mit, und zwar soll es mir nicht, du soll es jetzt nur überprüfen, das geht einfach so. Also einfach mir gar nicht, einfach nur schauen, erfüllt die Vorgaben, Stern CPP, alle C++-Dateien hier. Machen wir mal Make-Check-Style. Und den Rest haben wir, ich habe es gar nicht überprüft, ging einfach. Mal gucken, ob es jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwas komisch mache, zum Beispiel in einer Zeile, das alles schreibe, dann müsste er jetzt hier meckern. Genau. Das ist Check-Style. Was hatten wir noch? Und jetzt würde ich gerne meine Tests ausführen. Genau, wie führe ich die aus? Naja, ich rufe einfach Prime-Test auf. Machen wir das mal hier. Make-Test. Jetzt hat er die Tests ausgeführt. Und Sie sehen, es hat zwei Vorteile. Nicht nur, hier speichere ich jetzt nicht so wirklich viele Buchstaben, ob ich Make-Test mache oder Prime-Test ausführe. Aber der Vorteil ist, jemand anders kann einfach Make-Test machen. Und ich kann hier entscheiden, was man dazu genau machen muss. Vielleicht habe ich mein Programm ja ein bisschen anders genannt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich das Make-File habe, muss ich nicht wissen, wie Compile geht. Ich muss nur Make-Compile machen. Im Make-File, das Sie dann geschrieben haben, steht, wie man kompiliert. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann wollen wir auch immer noch ein Target aufräumen. Aufräumen ist immer gut haben. Hier stehen ja jetzt Sachen, die Sie nicht geschrieben haben, sondern die so Nebenprodukte sind. Und zwar, können Sie jetzt noch mal? Nein, es ist zu laut. Das war nur ein Versuch. Prime-Main ist ja einfach, was der Compiler erzeugt hat und das auch. Das wollen wir ja nicht den Leuten, wenn wir das irgendwie als Produkt shippen. Wir wollen einfach so ein Target haben, das sagt Sachen, die einfach Nebenprodukte sind, räumen die mal auf. Die Option minus F sagt, lösche es auch, wenn es gar nicht gibt, damit es keine Fehlermeldung gibt, wenn es das nicht gibt. So, und jetzt kann ich Make clean machen. Das Schöne ist bei Make, ich kann auch alles hintereinander schreiben, mache mal Make, räume mal alles auf, kompiliere es, teste den und mache das. Jetzt macht er alles hintereinander. Sie sehen schon, sehr praktisch. Und noch praktischer, ich kann hier jetzt auch ein Target schreiben, das alles zusammen macht, indem ich das einfach so schreibe. Ich werde noch ein bisschen mehr zu Make sagen, das heißt jetzt einfach, Make all soll clean, compile, check, style, test machen. Make all, jetzt macht er sie alle vier. Und noch netter, wenn ich Make aufrufe ohne Argumente, nimmt er einfach das erste Target und macht alles. Also Sie sehen, sehr nett, so ein Make-File. Make ist wirklich sehr praktisch, gibt es seit Jahrhunderten, glaube ich. Genau, und das sollen Sie einfach auch immer mit hochladen. Wunderbar. Und ich werde noch mehr zum Make erklären. So, das war auf den Folien, genau, kann noch viel mehr. Achtung, jede der Befehlszeilen muss mit einem Tab anfangen. Sie sollen irgendwas definieren, wo man dann Make das hier machen kann. Schreiben Sie einfach das hier, Doppelpunkt und dann mit Tab eingerückt eine Reihe von Befehlen. Make ist für alles Mögliche praktisch. Wenn man irgendwie so Abkommando folgen, die man immer wieder braucht. Man kann mit Make noch mehr machen, da haben wir noch ein paar Vorlesungen zu. Gibt es eine Frage? Gerne. Ja, genau. So was geht alles und das kommt in den. Jetzt haben wir es super zu Fuß geschrieben. Ich kann hier jetzt zum Beispiel, eine Sache kann ich ja gerade mal, zum Beispiel den Compiler, kann ich hier als Variable angeben. Nur mal so und dann kann ich hier schreiben, Doppelpunkt. Können Sie ja auch gerne schon machen, wenn Sie da lustig sind. Nicht zu viel abgefahrenes Zeug. Ja, das hat natürlich den Vorteil, das müsste jetzt genau dasselbe machen. Probieren wir es gerade. Genau. Wenn ich jetzt den Compiler ändern will, muss ich es nicht hier ändern, sondern einmal da. Also Variablen kann man auch einführen. Genau. Und man kann auch viel mehr machen. Nächste Vorlesung dann. Welcher Data-Type ist? MacFile ist einfach eine Textdatei. Alles, was wir schreiben, sind Textdateien. So, jetzt versagt gleich meine Stimme. Wir müssen aufhören. Wir sind aber auch gleich so weit. Daphne ist unser Kursverwaltungssystem. Einfach anmelden. Wenn Sie auf Daphne, sieht es so aus hier. Das ist einfach dieses. Einfach anmelden. Auf die entsprechende Veranstaltung gehen. Ich bin jetzt hier schon angemeldet. Und dann, es funktioniert über LDAP, also keine neue Username und Passwort vom Rechenzentrum. Wir erfahren hier Passwort natürlich nicht. Daphne fasst nur alle möglichen Systeme zusammen, die wir hier benutzen. Die ich Ihnen jetzt noch kurz erkläre, in den letzten fünf Minuten oder so. Daphne fasst einfach alles zusammen. Das muss ich mal auf die. Das erste ist SVN. Das erkläre ich kurz. Wer kennt schon SVN hier oder hat es schon benutzt? Ein paar Leute, aber nicht so viele. Macht auch nichts. Wer kennt Git oder hat das benutzt? In der ersten Semestereinführung, die Programmierung, Git. SVN ist wie Git, nur einfacher. Und es gibt einen Grund, warum wir SVN benutzen. Siehe Forumspost. Es geht einfach darum, wenn Sie was abgeben, Sie schicken uns das nicht per Mail, Gott bewahre, sondern über so ein System. Sie laden das bei uns hoch. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Jetzt sind wir hier angemeldet als User Test. Und wenn ich jetzt hier mal hingehe, sehe ich jetzt hier zum Beispiel mein Verzeichnis Test. Und das ist, oh, da stehen Sachen, die da nicht stehen sollten. Das habe ich vergessen zu löschen. Das werde ich jetzt einfach kurz mal reparieren, indem ich, ich gehe jetzt hier, genau, Copy Link Address, werde ich jetzt hier machen. Jetzt mache ich mal hier Checkout. Das, was in Git Clone ist, werde ich jetzt hier einfach mal auschecken. Also Sie können da hingehen, wenn Sie sich in Daphne angemeldet haben, dieses Verzeichnis auschecken. Die aktuelle Version. Und jetzt kriege ich das, was von Ihrem Verzeichnis auf dem Server gespeichert ist, kriegen Sie jetzt hier in dem Verzeichnis Test. Genau. Und das wollte ich jetzt alles nicht haben und deswegen werde ich das jetzt alles mal löschen. SVN remove alles. Ist jetzt alles gelöscht. Und jetzt werde ich das mal hochladen. Alles weg. Genau. So. Das können Sie jetzt ignorieren. Das habe ich jetzt nur mal gemacht, damit es leer ist. Wenn ich jetzt hier hingehe, so sieht das bei Ihnen auch am Anfang aus, dann ist das einfach leer. Hier steht nichts. Jetzt möchte ich gerne, nehmen wir an, was ich gerade geschrieben habe, war mein erstes Übungsblatt. Jetzt mache ich hier mal ein Verzeichnisblatt 01. So. Und jetzt kopiere ich mal die Sachen. Copy. Also Sie schreiben es natürlich und kopieren es nicht. Was habe ich jetzt hier? Müsste ja eigentlich eins oben drüber sein. Genau. Diese ganzen Sachen kopiere ich mal dahin. Meine ganzen CPP-Dateien kopiere ich hier hin. Und mein Make-File kopiere ich hier hin. So. Das habe ich jetzt hier. Na, die habe ich jetzt. Ich sollte die in Blatt 1 kopieren. Okay. CPP. Move mache ich jetzt. Solche Kommandos müssen Sie sich auf der Linux-Kommando-Zeile, wenn Sie das nicht gewohnt sind, können Sie einfach nachlesen oder hier in der Vorlesung an die Stelle, wo ich es gemacht habe. Verschiebe jetzt einfach die Dateien rein. Ich bin jetzt in meinem Ordner Test. Das sehen Sie hier. Das, was ich ausgecheckt habe von unserem zentralen Repository. Da mache ich jetzt für das erste Übungsblatten-Ordner Blatt 01. Und hier steht mein Code drin. Das ist jetzt der Code, den ich für die Vorlesung geschrieben habe. Nicht für das Übungsblatt. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre es für das erste Übungsblatt. Jetzt passen Sie auf, das ist jetzt der Code, den ich geschrieben habe. Den möchte ich jetzt gerne hochladen aufs Repository, also abgeben. Wie macht man das? Jetzt muss ich erst mal sagen, welche Dateien, hier ist jetzt der, will ich überhaupt hochladen. Das mache ich mit Add. Add lädt es nicht hoch, sondern sagt, die sollen in Zukunft gesynkt werden mit dem Verzeichnis. Wenn ich Verzeichnis da reinmache, nimmt er gleich alle Dateien mit. Also diese Dateien werden jetzt zukünftig getrackt. Wenn ich irgendwas ändere oder so, was auch immer, kriege ich die neueste Version, kann die neueste Version hochladen. Und jetzt, um sie tatsächlich hochzuladen, mache ich Commit, SVN Commit, bei Git heißt das auch Commit. und jetzt kommt ein Editor, der sagt, ich bin jetzt im Begriff, diese Dateien hochzuladen. Und jetzt sage ich, was ich da geschrieben habe. Code from the lecture, not from U1. Das ist jetzt nicht das Übungsblatt, sondern so. Und jetzt werden die Dateien da hochgeladen und jetzt können Sie auch nachprüfen. Dauert einen Moment, sind ja auch riesige Dateien, warum auch immer. Wenn ich jetzt hier schaue, habe ich die jetzt hier. Jetzt habe ich hier einen Ordner Blatt 01 und habe hier die Dateien. Kann ich also auch überprüfen, ob die jetzt. Also so geht das bei Ihnen auch. Sie gehen da in Ihr Verzeichnis und sehen, das ist jetzt der Code. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier nochmal ganz zurückgehe. Jetzt sehen Sie hier unten Gewitterwolken und Zeug. Wenn ich jetzt da draufgehe, mache ich mal, dann sehen Sie jetzt hier 15.52 auf unserem Rechner, sobald Sie was hochladen, das jetzt hier so ein bisschen. Ja, genau. Hat jetzt Daphne automatisch geschaut, der führt jetzt einfach diese Targets aus und geht davon aus, dass es die gibt. Clean, Check, Style, Compile. Sie laden was hoch und dann macht er genau das, was ich gerade auf der Kommandozeile gemacht habe. Räume mal alles auf, überbriefe mal den Checkseil und kompiliere. Johannes, ist dir klar, warum hier der letzte Schritt nicht ausgeführt wird oder läuft das gerade einfach noch? Wissen wir nicht, ne? Test fehlt? Ah, da ist Test. Jetzt ist, ah, das hat einfach gedauert. Also es ist hier ein bisschen archaisch. Hat jetzt alles ausgeführt und wenn es dann fertig ist, kriegt man hier, ja, hier sieht man es, hier kriegt man jetzt einen grünen Haken. Ja, Sie sehen also daran, ob die Sachen, die Sie geschrieben, bei uns hochgeladen haben, bei uns auch funktionieren. Und Sie sollten das natürlich so lange machen, bis der Haken grün ist. Der prüft nach, ist das Format so, wie es sein sollte, kompiliert es und gehen die Tests durch. Wunderbar. Gucken Sie sich das langsam an in der Aufzeichnung oder nehmen Sie einen, das hatte ich ja gesagt, dieser drei Termine hier wahr, wenn Sie damit irgendwelche Probleme haben. Ja, für viele wird das neu sein, für dieses Drumherum, nicht zu lange rumprobieren, wenn Sie da verzweifeln, gehen Sie einfach zu einem der Termine und sagen Sie, was Ihr Problem ist. Das ist jetzt einmal am Anfang ein bisschen nervig und dann geht das. Das habe ich gerade erklärt. Das habe ich auch erklärt. Ich spüre Unruhe. Warten Sie noch drei Minuten. Jetzt nicht rausgehen. Wir machen noch fertig. Wir dürfen jetzt nicht. Wenn jetzt alle nach und nach rausgehen, werde ich wahnsinnig. Das Jenkins habe ich gerade erklärt. Das ist dieses Continuous Build System, das automatisch alles, was Sie hochladen, checkt. Wir können leider auch nicht aufmachen. 2700 CO2, nicht schlecht. Es gibt das Forum. Fragen Sie einfach. Da haben Sie schon Nachrichten gekriegt, nämlich das hier. Wo war das? Hier ist das Forum. Genau, über alle. Da gibt es Ankündigungen zu jedem Übungsblatt. Sie können fragen. Es gibt hier schon eine Frage zum ersten Übungsblatt, zu den Unit-Tests. Hallo zusammen, eine kleine Frage. Bla, bla, bla. Genau, antworten wir gleich noch. Sie kriegen da sehr schnell Antwort. Einfach das Forum benutzen. Zwei Minuten noch für das erste Übungsblatt. Und dann, wir sind ziemlich gut in der Zeit für die erste Vorlesung. Es ist immer relativ viel. So sieht das erste Übungsblatt aus. Sie sollen jetzt einfach ein Programm schreiben, ganz ähnlich für das, was wir hier geschrieben haben. Nur soll es nicht prim berechnen, ob es prim ist oder nicht, sondern den größten gemeinsamen Teiler. Und einfach, Sie sollen eine Datei schreiben mit der Funktion, eine Main und eine Testdatei. Ist hier alles genau erklärt. Und jetzt erkläre ich Ihnen noch ganz kurz, wie der Algorithmus geht. Also Sie sollen den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen berechnen. Hier steht jetzt, die Folie gehe ich jetzt nicht durch. Das ist einfach ein bisschen die Mathematik dahinter. Das ist der euklidische Algorithmus. Und den zeige ich Ihnen jetzt kurz. Passen Sie noch gut auf. Dann können Sie gehen und sich gleich ans Übungsblatt machen. Der euklidische Algorithmus geht so. Der ist sehr nett und auch nett zum Implementieren. Ein paar Zeilen sind das. Sie wollen den GGT von 14 und 52 machen. Was auf der vorherigen Folie steht, ich kann auch den GGT von 14 und 52 minus 14. Wenn ich hier 14 abziehe, ändert sich der GGT nicht. Irgendwas ein Teiler von dem und dem ist auch irgendwas ein Teiler von dem und dem minus dem. Mathematik müssen Sie jetzt nicht verstehen. Können Sie auch einfach benutzen, dass es so ist. Das heißt, was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann hier schreiben, das ist jetzt der GGT und das ist jetzt quasi, was der Algorithmus, den Sie implementieren, macht. 14 und jetzt nehme ich die größere Zahl und ziehe da so oft die 14 ab, bis der Rest kleiner 14 ist. Was kommt da raus? Also 42 modulo 14, 52 modulo 14. Ich höre, noch eine Anstrengung zum Ende. So oft 14 von 52 abziehen und dann den Rest. Wie oft passt die 14 in die 52? Dreimal, genau. 3 mal 14 ist Rest 10, genau. 3 mal 14 ist 42, Rest 10. Das mache ich hier. Jetzt mache ich es andersrum. Jetzt ist 14 die größere Zahl und ich ziehe so oft 10 von der 14 ab, bis ich einen Rest kleiner 10 habe. Was ist 14 modulo 10? 4, jawohl. Sie können einfach reinschreien, genau. Also es ist ein netter Algorithmus. Jetzt muss ich wieder sehen, man muss immer so hin und her gehen. Jetzt ist das die kleinere Zahl, 4. Jetzt will ich so oft die 4 von der 10 abziehen, bis ein Rest kleiner 4. Was ist der Rest? 2, jawohl, super. 4, 2. Jetzt ist wieder 2 die kleinere Zahl. Jetzt ziehe ich so oft die 2 von der 4 ab. Was ist da der Rest? 0, genau. Irgendwann komme ich bei 0 und GGT von 0 mit irgendwas ist irgendwas. Das ist der Base Case 2. Das ist der euklidische Algorithmus. Sie sehen, ein ganz netter, einfacher Algorithmus. Den sollen Sie implementieren. Können dabei sehr nah dem Beispiel folgen. Aus der Vorlesung. Hallo Peter. Sie haben eine Woche Zeit. Die meiste Arbeit wird es drumherum sein. Es gibt die 3 Termine. Fangen Sie einfach gleich an. Nicht erst am Montag. Völliger Quatsch. Fangen Sie jetzt an. Jetzt haben Sie alles gehört. Und wenn Sie irgendwelche Probleme haben, gehen Sie in eine der 3 Fragestunden. Probleme mit egal was. Genau. Und hier ist das mit den Links. Gibt es gerade, bevor Sie jetzt losrennen, noch irgendeine Frage zu irgendwas, die wir hier in der Runde? Alles klar. Nicht der Fall. Viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.